Musik Hi, ich bin Tiffany und ich mache meine Ausbildung zur Tischlerin hier bei Solalux. Wenn ich mit Holz arbeite, dann schneide ich Glasleisten für die Rahmen und für die Flügel. Dann auch natürlich Schleifen, Holz zusägen oder auch einzelne Aufträge bearbeiten, die einem eben so zugeschmissen werden. So, ja, schneid mal bitte das und das zu. Auch so kleine Aufträge tatsächlich, wie einen kleinen Tisch zusammenbauen oder einen Hocker. Aber natürlich auch arbeiten wir hier mit Alu. Das ist sehr vielseitig. Natürlich fragt man sich, okay, wie sind die Kollegen oder wird das für mich zu anstrengend? Aber ich habe eigentlich gehofft, dass ich viel Spaß habe, viel lerne, dass ich mit Maschinen umgehen kann danach, dass ich selber eigenständig etwas mit Holz bauen kann. Hat sich bis jetzt auf jeden Fall alles bewahrheitet. Und mein Highlight ist tatsächlich mit den Naturs zu arbeiten, weil quasi man hier auch Freunde gefunden hat und dass es sehr, sehr witzig ist, wenn man zusammenarbeitet und natürlich dann auch kleine Fehler macht. Mir gefällt bei Solalux am meisten, dass man nicht nur in seiner Abteilung arbeitet, also dass ich nicht nur als Tischlerin hier arbeite, sondern auch als Lagerist, dass ich mal im Lager vorbeischaue, in der Beschichtung als Beschichterin und auch, dass man überall in den anderen Bereichen hilft. Und das finde ich sehr interessant, dass ich nicht nur quasi einen Beruf hier lerne, sondern ich sehe sehr viele Berufe. Eigentlich habe ich immer hier Spaß. Also ich komme gerne zur Arbeit.